Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Corinth Prime Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt drei Forma, aber wenn ihr die Primed Mods nicht habt, würdet ihr auch mit weniger Forma auskommen, aber das zeige ich euch gleich. Wir fangen mal an. Wir haben jetzt als allererstes plus 90% Crit Chunks, dann haben wir plus 110% Critical Damage. Das wäre der erste Mod, wenn ihr den nicht in der Prime Version haben solltet, könntet ihr auch den ganz normalen nehmen. Dann wäre natürlich der Critical Damage ein wenig geringer. Dann haben wir als nächstes plus 60% Multishot, dann haben wir plus 90% Toxin, dann haben wir plus 165% Electricity. Das wäre der zweite Mod, wenn ihr den nicht primed haben sollt, könnt ihr natürlich auch so den Electricity Mod nehmen. Habt natürlich dann dementsprechend da auch ein weniger Damage. Durch die beiden kriegen wir auf jeden Fall schon mal Corrosive Damage, wie ihr hier sehen könnt. Dann haben wir als nächstes Mod plus 120% Multishot, plus 165% Damage. Der wäre natürlich genauso wieder austauschbar, wenn ihr den in der Prime Version nicht habt. Und dann würdet ihr natürlich dementsprechend auch viel weniger Forma bei diesem Bild brauchen. Und zu guter Letzt nochmal plus 60% Damage, plus 60% Heat. Wo wir auf eine Crit Chance oder auf Werte kommen, von einer Genauigkeit von 9,1. Crit Chance 57%, Crit Multiplier 5,9. Magazingröße ist 20, Multishot hat einen Wert von 16,8. Dann haben wir Impact von 81,9. Punk Through von 122,8. Slash von 87,8. Heat von 175,5. Corrosive Damage von 745,9. Ihr seht schon, die Waffe hat zwei Modi. Darum seht ihr hier unten auch nochmal den zweiten Modi von der Waffe. Der ist aber nicht so ganz interessant, finde ich jedenfalls. Denn ich benutze sie einfach mit einem ganz normalen Schuss. Und das schauen wir uns auch einmal an. Ich zeige euch einmal eben hier kurz an der Wand, was denn die beiden Schüsse sind. Das ist der ganz normale Schuss. Ihr seht, eine Kugel wird verbraucht. Und wenn ihr die zweite Schussvariante benutzt, dann verbraucht ihr dementsprechend direkt vier Schüsse. Start noch einmal nach. Wir gehen zu den Level 100 Gegnern und halten mal drauf. Ihr seht schon, die Gegner kippen nicht mit dem ersten Schuss um. Aber ich würde sagen, für Level 100 Gegner geht das schon klar. Und die Gegner kippen trotzdem relativ schnell um. Zwei Schüsse und zack, das war's. Ja, wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, wie euer Corinne Prime Bild aussieht. Was ihr anders machen würdet. Ob ihr sie vielleicht komplett anders aufbauen würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.